Es ist natürlich so, dass gerade im E-Commerce wir ein sehr schnelllebiges Geschäft haben. Also das, was der Kunde heute im Internet sieht, das möchte er natürlich so schnell wie möglich haben. Da entstehen Trends, da entstehen neue Ansprüche und die Logistik hat die Aufgabe, diese Ansprüche rechtzeitig wahrzunehmen und dafür auch Lösungen zu bieten. Wir sind hier im neuen Logistikzentrum in Löhne. Wir schlagen hier großvolumenige Güter um, Waschmaschinen, Polstermöbel, aber bis hin auch zu kompletten Küchen. Das Besondere am Standort ist, dass wir die Funktionen, die wir vorher in mehreren Gebäuden untergebracht haben, hier vereint haben. Das heißt, wir haben Lagerlogistik, unsere Tourenabwicklung und auch den Anschluss an das Hermes Hub hier unter einem Dach zusammengefügt. Wir verladen hier pro Tag bis zu 30.000 Großstücke, die dann auf 220 Wechselbrücken im Durchschnitt jeden Tag auf unsere 53 Depots in Deutschland, in Österreich, in den Niederlanden und der Schweiz transportiert werden. In 2015 haben wir über 4,5 Millionen Sendungen zu unseren Endkunden transportiert. Und das von sowohl kleinen als auch von großen Internethändlern. Somit ist der Hermes Einrichtungsservice Marktführer im Bereich Zweiband-Henling. Wir haben in dem Kommissionierprozess, den wir jetzt hier neu aufgesetzt haben, die Änderung, dass wir eben nicht zur Zuführung ans Hub nochmal über einen LKW-Transport gehen, sondern wir haben hier die Besonderheit, dass unsere Kommissionierer, nachdem sie die Ware aus dem Regal entnommen haben, dementsprechend die Ware im Gebäude sozusagen überdacht zu den Kollegen im Hermes Einrichtungsservice im Hub bringen. Für uns ist es halt sehr gut, dass wir kurze Wege haben. Wir haben von dem Auspacken bis zum Befurbishment haben wir nur 5, 6 Meter. Genauso sind die Wege sehr kurz zur Verpackung und das erspart uns natürlich eine Menge Zeit im Gegensatz zu der alten Halle, wo wir da waren. Also wir möchten mit diesem Neubau ganz eng am Markt unterwegs sein, die Trends auffassen, darauf antworten und Lösungen haben. Und wir haben mit dem Neubau hier eine hervorragende Grundlage in der Dienstleistung für den E-Commerce, in der Logistik erste Wahl zu sein.